Ja, mittendrinne hier in der Folge und, ähm, hallo erstmal, es gehen wir weiter bei A Way Out. Wir sind gerade so ein bisschen im Stress hier und mit dabei ist wieder der Hisky. Hi. Und, äh, ja, und ich darf hier die Bullen. Ah. Ah. Ach so, ich muss schon was machen. Nein, nein. Ja, du musst auf die Cops knallen, damit die, äh, nicht zu sehr drehen rasen. Ja, ja, ich hab das gar nicht gerafft, ehrlich gesagt, weil, ähm, ja, die Anzeige war halt nicht mehr da. Jetzt, jetzt rabbe ich das auch, dass ich jetzt schon was machen muss. Ich glaub, der gelbe Balken ist seine Munition oder so, ich bin ihm, bin mir allerdings nicht sicher. Ja. Ja, Schottie ist ja Nahkampfwaffe, das mach ich erst, wenn sie, jetzt. Ah. Ja, es gibt auch, äh, Shotguns, die mit einer speziellen Emotion auch für Kernkampfwaffen sind, ne? Wie? Keine Muni mehr? Ja, denn lad nach, Alter. Das muss ich auch noch machen, in meinem Stress hier. Das ist nicht, ey. Nur nachladen. Du schießt und ich, äh, muss fahren und auf den Verkehr achten. Auf den hinteren Verkehr kann ich dich achten. Darüber bist du zuständig. Ja, haut hin, haut hin. Oh Gott. Aha. Du musst schon die ganze Straße absperren, nicht nur die Straße an sich selbst. Gott. Achtung, es wird enger. Wird sehr enger. Okay, da kannst du nichts machen. Oh Gott. Oh, ich muss wieder rauf. Hoch. Ja, links, rechts, links, 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 okay. So, ich hab mich schon mal bereit gemacht hier. Jetzt können sie wieder kommen. Okay, was auch immer in dem Poliziauto gerade los machen, das sah sehr seltsam aus. Ach stimmt, das ist jetzt oben und unten geteilt, nicht links und rechts? Nee, nee. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich dachte dir das. Herrlich. Komm, einen noch hier und dann lad mal nach gleich hier. Sehr gut. Das brennt doch. Oh Gott. Den hab ich ja auch. Läuft. Schotty, beste Waffe. Wer hält der denn aus, Mann? Ja, überlebt. Heikentlein. Der menger, der menger halt raus. Was sag mal, gibt's das denn? Beweggen, explodieren sie nicht unrealistisch die ganze Zeit. Oh, was? Den hab ich in der Luft geschossen. Ja, nun reicht, Mann. Die Munition du auch hast. Bitte? Die Munition du auch hast. Ja. Bäääh. Ist das geil. Herrlich. Du schießt wie ein Idiot? Was? Also komm, so schlecht ist das doch gar nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin voll keiner aufs Fahren konzentriert. Vor allen Dingen hinten, auf der Ladekante, der Typ. Wo zählt die hin? Schnappt euch die Bastardos! Das ist ein Wort, mit dem kennt sich Baggy aus. Ich muss jetzt die ganze Zeit nicht mal nach links gucken. Das ist angenehm. Jetzt kann ich auch oben gucken. Lauf doch! Lauf! Warum bist du stehen geblieben? Was? Das war's? Oh. Lauf, Baggy, lauf! Lauf! Ach, ich hab auch die ganze Zeit eben auf den Falschen geguckt. Ich hab immer oben geguckt. Nein, du bist unten. Ach, das war ich, der gestorben ist? Ja! Ich hab gedacht, das wärst du! Nein, du! Oh, ich fass es nicht, ey, Mann! Deswegen hast du auch nichts mehr gemacht. Nee! Versteh ich doch. Ich hab eben so gedacht, Alter, wieso kommt er denn nicht ran? Ich hab doch schon längst E gedrückt. Ich steh doch schon am Boot. Geil, ey! Boah! Ah, schön. Herrlich. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich hab keine Ahnung. Aber je weiter weg, je besser. Geil. Ja, ich glaube, du bist richtig. Oh Gott. Oh Gott, nein! Das ist auch noch so ein wenig Spiel. Ich glaube, ich habe etwas im Wasser gesehen. Das ist wahrscheinlich ein Falsch, Leo. Ja, genau. Was meinst du, dass es keine Falsch in diesem Wasser gibt? Was weiß ich. Hä? Wieso paddelt meiner denn nicht? Du musst eh drücken dann. Nein, 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 nein! Au! Auf der linken Seite schwimmst du nach rechts, auf der rechten Seite schwimmst du nach links. Ja, was auch immer. Nicht Fisch. Wahrscheinlich 7. Du weißt was? Ja, ja. Jetzt müssen wir hier wieder. Ja, ja. Ich muss immer mit... Hm? Hab ich jetzt auch kapiert. Es wäre am besten, wenn einer auf der linken Seite ist, einer auf der rechten Seite. Hey, Vincent. Ja? Ja. Du denkst, es gibt keine Beeren in diesen Walden? Es gibt wahrscheinlich Beeren in diesen Wasseren, Leo. Ha! Ich glaube, ich glaube das. Ah, komm 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 komm! Scharfe Kurve, scharfe Kurve! Ah, das wird noch was. Gott, was ist das für ein Stromschnellen gekommen? Ich meine, jetzt ist ja schon jetzt... Es ist schon eine Stromschnelle. So... Wie bei Mario Party gibt es auch solche Spiele. Oh, jetzt... Ja, hier Kurve, Kurve. Scharfe Kurve, scharfe Kurve, scharfe Kurve. Ach gut, wir haben jede Menge Haltbarkeit. Na, komm 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 komm. Ne, 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 die schaff' er nicht. Oh! Jetzt ist ja der Kahn so langsam. Ja, wir sind kurz vor der Hälfte. Ah, wir sind die Hälfte. Ah, das war... Okay. Das ist, das müssen wir dann gleich nochmal machen. Wahrscheinlich. Mhm. Außer es ist gleich vorbei. Sieht aber so aus. Ne. Jetzt muss ich ja hier. Sonst fährt er eben wieder... Hm. Ja, ist das ein Wasserfall? Ich denke, du sprichst zu schnell, Leo. Schau direkt vor. Scheiße. Oh, sowas ist geil, irgendwie. Oh Gott, was ist das so ein Drift? Ah! Ah! Spam! Spam! Nein, 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 nein! Das war's. Okay, das ist, das ist nicht so leicht. Ne. Oh, wie der Schild von vorne anfängt. Ne, ich glaub' nicht. Ne, ich glaub' nicht. Ne, ich glaub' nicht. Nein! Falsch, 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 Bucky, falsch! Oh nein! Nein! Du bist grün, vergiss das nicht! Ich bin hinten, du bist vorne. Ne, jetzt muss ich ja wieder... Ne, jetzt muss ich ja wieder... Ne, jetzt muss ich ja wieder... Jetzt gleich... Ne, jetzt... Drift. Need for Speed Drift. Auf die linke Seite, genau. Ja. Ja, da krachen wir doch jedes Mal gegen. Ah. Ich hab' nicht schon so viel E gedrückt, das geht ja bald gar nicht mehr. Jetzt haben wir's hier mandatisch geschafft. Paddeln, paddeln, verdammt. Waterfall, Waterfall! Oh mein Gott. Links, 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 links. Oh, man... Nicht schon fertig. Ach, wie, wie, wie ich auch so teilweise mit dem Körper mitgehe, ne? Mäh. Ich weiß gar nicht, wie deine Sicht... Ach, wo, du müsstest genau das selbe sehen wie ich. Ja, ich... genau. Was ist passiert mit der Rock? Nein! Merz. Mh... Warte! Noch mehr Steine. Ah, warum sind überall Steine? Wer hat die da hingepackt? Warte! Ja. Warte! Ah, warte, 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 warte! Oh, dass wir da nicht gegengeknallt sind. Ah, nein, nein, nein! Oh, da haben wir Glück gehabt, dass da die... Das... ja! Der Einspieler kam. Nein! Ich muss runter... Ich muss runter... Nein! Oh Gott! Vincent! Ja! I'm coming! Alright! Ich hab das schon! Ich hab das schon! Ich hab das schon! Ahaha! Was? Ich hab doch gehalten! Ja, aber es ist glibrig und nass und so, das hast du nicht vergessen. Es ist alles beabsichtigt. Versuch's, ja! Komm schon, komm schon! Ich halt auch meine linke Maustaste. Ja, da müsste noch mal ein Kino-Move kommen. Slow motion. Ja, da muss ich nicht mehr machen. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich raus. Alles klar. Ja, 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 ja... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was für dich, oder? Ja. Ja. Also? Was passiert jetzt? Ja. Schau. Ich weiß, was du denkst. Aber gehen nach Harvey nicht leichter sein wird. Ich weiß. Aber ich gehe nach ihm. Mit oder ohne dich. Du willst du sterben? Ich will ihn weg. Er ist ein kohlen-bloodiger. Der Welt wird besser sein, ohne ihn. Ich weiß nicht, Leo. Ich spiele. Du hast ohne mich auf. Wie ist dein perfekte Frau? Du bist ernsthaft? Die Diamante? Wie hast du das gemacht? Vieles Planung und ein bisschen Glück. Also, was passiert? Alles war unser Weg. Wir hatten sogar einen Bewerb. Aber dieser Scheiße hat andere Planungen. Es ist alles da. Here, count it. Looks about right. Of course it is, you can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over. Now. It's nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. Hmm. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry. He's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Don't go too far, Alex. Mom? Mom! What is it, honey? What's wrong? Oh, shit. Alex? Alex! Leo. Can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. And then, it's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. Let's go to the trailer park. All right. Keep an eye out for my family. It's a woman and a boy. About this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. Life looks rough out of here. You got that right? Never actually set foot in a place like this. Oh yeah? Yeah, when auch immer, yeah. Are you fancy fans with a college degree in a banking job? Not like any of that helped. I'm here with you now. You should be happy. I'm great to be around. Keep telling yourself that. Anyway, let's find your family. What are you doing? I'm trying to forget. What are you trying to forget? I used to have three cars. Two houses and a beautiful gorgeous wife. And a mistress. Now it's all gone. Okay. What happens? Gambling. Oh. That would do it. Okay, you can do it. Hey. Hey, what's up? Can I take a swing? Yep, go ahead. Okay. Just hit me. Okay, I guess I can do it. Okay, I can do it. Okay. I can do it. I can do it. Du schaffst noch einen. Au, du hast beider mich getroffen. Ja. Alter, hallo, du triffst mich. Wir wissen ja, ob ich das beeinflussen kann. Da bin ich mir echt nichts mehr. Ja, zu den Mond. Was? Er macht Curveballs. Jetzt wird das nichts mehr? Was war das denn? Ach doch, okay. Ich glaube, was die Zahl da oben bedeutet. 119. Wahrscheinlich die Maximalpunktzahl, die du irgendwie erreichst oder so. Ja, so. Okay, I'm good. Sure. Nice batting. Reicht. Für ich auch mal. Hi there. Hey man. Can I have a go? Sure thing. Here. Thanks. Okay. Ja, dankeschön. Dass du genau bei der Kamera standest. Ach so, entschuldige. Okay, das ist echt gar nicht so leicht. Oh, das war ein schöner Schlag. Schade. Ich habe mal Home Run geschafft, okay. Oh, ich konnte jetzt nicht links klicken machen. Irgendwie haben wir schiefen, oder was? Oh, Scheiße. Nice. Schade. Got it. Vielleicht trifft dich noch mit den Bällen. Nice. Hey, I'm looking for someone. That's not my problem. A woman and a boy this tall. Have you seen them? Oh, still not my problem. Now, why don't you leave me alone? Nice. Come on, you must have seen them. They live around here somewhere. Maybe I have. Maybe I haven't. Who knows? Hey, you got any booze? Do you? Huh? Thanks for nothing. Thanks. I'm done. Ja, du hast mehr Punkte geschafft an sich. Könnten die denn sein? Keine Ahnung, die komische Schnapsdrossel da, die hat auch nicht viel erzählt. Whoa, what the hell happened to this car? Pete's me. Just doing my job. Hey, Spree. Ja, gefunden. Hey, I see my kid over there. Come on, let's check it out. Hast es gefunden, hast es gut gemacht. Wer hätte das denn gedacht, dass die auf der anderen Seite sind? Vincent! Hey, Linda! Over here! Leo! Hey! 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 Oh-oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die machen auch noch ihren Job Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Unschuldige im Gefängnis sitzen Sehr viele Ich glaube, das ist gar nicht so selten, wie man denkt Ja, vor allen Dingen auch größer als in den USA Man denkt, was die für ein System haben Diesen Geschworenen Wenn sie einen schlechten Tag haben oder so Und dann sagen, wir sind schuldig Das ist auch ein Skater Hey, Alex! Schau, wer ist hier! Alex! Hey, buddy! Don't worry, Leo He's just a little bit upset He found out? Yeah He saw it in the papers Oh, shit It's okay, baby Komm her So Is this the guy? Yeah, this is Vincent Nice to meet you, ma'am Hey Linda I need to tell you, what's going down Yes, but first You need to go talk to Alex Of course Ich weiß nicht, was sie im Englischen immer mit diesem Meme und so alles haben Das ist Ich find's persönlich störend Ich hatte mal eine Ich weiß gar nicht mehr, wo das war Was auf Arbeit war oder so Ich glaub, ja Da hat immer eine Immer Fräulein gesagt Und so Das fand ich auch immer richtig ätzend Richtig nervig Komm schon, ich will Dreifach 60, äh, dreifach 20 haben Das fand ich so Yes Yes Siehst du Punktseite, die du kriegen kannst mit einem einzigen Wurf genau 60 Ist höher als ein Bullseye Hey, Alex Ich renne hinterher, ich schaffe es Wie du mich in der Katze nicht siehst Obwohl ich da war Ja Ja Das ist wohl Hast du etwas für mich? Das waren glücklicher Zeiten Du musst dich um mein Kind kümmern und ich muss mich um deine Frau kümmern So, so Also nicht auf dich hart und weise, ne? Nicht falsch verstehen Hier geht's, Ma'am Danke Alles klar Willst du es für mich starten? Ja, ich kann das Ja, ich kann das Oh Gott So ein Event Aushilfsmechaniker hab ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mittehalten Come on, buddy. Come on, just let me up. Alex. Hey. What's this? Hey, look, your sign is broken. Why don't you come down and help me fix it? No? All right. Don't worry, I'll fix it for you. Oh, let's see. I think I'm gonna need a hammer. Yeah, for fun. I should probably leave them below. Oh, this sign is beautiful. Alex, you should come down and see it. Hey, my boot room. I love you, buddy. I love you so much. You want to play some basketball? They have me right away. Sure. But you know I'm better than you at basketball, right? No, you're not. Uh, yes, I am. You want to shoot some moves? That could be fun, but maybe we should get going. Oh, come on. Just one game? Come on, Vincent. Okay, guys. One game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. Ah, you know I win. Are you guys ready? Oh, we're ready. Let's go. Okay. Lol. Okay. Ich glaube, du musst jetzt in den Korb werfen. Daddy, pass it to me. Nee, 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 nee. Hallo? Oh. Oh. Komm schon. Daddy, pass it to me. Mit der Taste kannst du danken oder so, also das noch reinwerfen. Komm schon, schaffst du. Right in the net. Yes. Easy. Nein, nein, hallo. Nein, nein, nein. Puh? Hallo? Meine. Hi. Hier. Aber woher weißt du ja auf einmal meinen Namen? Ach so. Ich glaube, der Karte dazu gehört von. Einfach hier stehen und die ganze Leertaste drücken. Wie macht ihr den so fertig? Hallo? Hallo? Aber. Wirf uns zu. Durch dich durchgegriffen. Ich fass es nicht. Das ist voller Hinfahrer. Was hat der denn? Können wir jetzt damit aufwarten? Ja, komm. Einmal helfen. Was? Ich hab doch auch E gedrückt. Tja. Bist ein schlechter Vater. Ja. 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 Besser nicht. Ja. Ja. Nein. Ja. 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 Ich bin froh, dass ich ihn wieder schreien. Ja, ich bin zufrieden. Komm schon, reden wir. Wir hoffen, dass euch die Folge wieder gefallen hat und ja, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wie immer findet ihr alle relevanten Infos in der Videobeschreibung, auch den Link zu Hiskis Kanal. Schaut auch gerne mal bei ihm rein. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheerio.